Hallo ihr Lieben! Heute habe ich wieder ein kleines Manga für euch und vorneweg, es ist ein Yaoi. Also nicht wie bei kleiner Schmetterling ein harmloser Shonen Ei. Das hier ist ein Yaoi, also es geht auch um Sex zwischen Männern. Und ja, wer das nicht mag, wie gesagt, braucht es nicht zu schauen. Und es geht diesmal um Ten Count Band 5. Ich werde jetzt extra nur den letzten Band erwähnen, beziehungsweise ich erzähle natürlich die Geschichte, aber nur den letzten Band zeigen, weil der gerade rauskam. Und ich habe mir für den letzten Band, also der hier, den gab es einmal so normal und einmal als Special Edition. Und ich habe mir dann natürlich die Special Edition geholt. Und ja, da gab es zwei kleine Figürchen dazu. Ich muss mal gucken, dass ich die vielleicht so irgendwie... Und zwar einmal die beiden hier. Das sind die zwei Hauptcharaktere. Ähm, ja... Shirutani und Riku. Das hier ist Shirutani und das hier ist Riku. Sehr süß. Dieser Manga ist bei Tokyopop erschienen. Der kostet einzeln 6,95 Euro. Und mit diesen Figürchen, aber das gibt es glaube ich nicht mehr. Da war schon letztes Jahr alles ausverkauft. Kostete 25 rund Euro. Und wie gesagt aus Tokyopop. Aus dem Tokyopop Verlag. Und hat circa 153 Seiten. Und in diesem Manga allgemein geht es um Shirutani. Also hier dieser rosa Haarige. Und ja, Shirutani ist psychisch krank. Er hat Mysophobie. Das ist eine Krankheit, in dem man zwanghaft, ähm, beziehungsweise in dem man Angst vor Bakterien hat. Äh, teilweise auch Angst vor Menschen, vor Berührungen, vor, äh, Keimen, vor Schmutz, vor allem Mögliche. Was irgendwie dreckig ist. Und daher von... Und von daher hat man meistens auch oder immer ein, eine, äh, einen Waschzwang. Und das sieht man auch an Shirutanis Händen. Ähm, normalerweise hat er Handschuhe an. So wie hier. Aber wenn er mal keine Handschuhe anhat, dann, äh, sieht man das sehr deutlich, dass er... sehr, sehr sauber geschrubbte Hände hat. Die er täglich, sag ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, äh, vier, fünf, sechs Mal wäscht. Sehr gründlich mit Seife, mit Schrupper und so weiter. Einfach weil er, äh, ja, befürchtet Schmutz ist auf seinen Händen. Und, ja, das hat natürlich auch einen Hintergrund. Und, äh, auf Shirutani wird eben Riku aufmerksam. Beziehungsweise Kurose heißt der, also Riku Kurose. Äh, der ein Psychologe ist. Beziehungsweise ein Therapeut. Und, äh, ja, dieser versucht eben, ähm, Shirutani zu, äh, heilen. Oder zumindest mal zu therapieren. So lernen sich die beiden eben kennen. Und, ähm, ja, Kurose therapiert ihn eben. Und sie kommen sich dann langsam näher und so weiter und so fort. Und das streckt sich beziehungsweise das geht schon seit fünf Bänden. Das hier ist der fünfte Band. So. Und ich hoffe, es geht noch weiter. Beziehungsweise es muss ja noch weitergehen, weil es kein Ende war. Es ist noch ein, noch ein Offen. Der Manga ist von Riku. Nein, nicht von Riku. Rihito Takarai. Und, ja, er ist zwar ab 16, äh, deklariert. Bei Comics oder Mangas muss ja hier immer, äh, oder irgendwo auf der Rückseite oder Vorderseite, ist egal. Eine Deklaration stehen für, oder eine FSK. Aber ich würde sogar sagen, ab 18. Aber, äh, ja, egal. Ähm, ich mag den Zeichenstil sehr gern. Ja, die Charaktere sehen, wie gesagt, sehr hübsch aus. Ich mag den Zeichenstil. Er ist nicht immer sehr, äh, detailreich, aber das macht auch nichts. Äh, solange die Story und der Inhalt stimmt, muss auch nicht unbedingt ein total zu klatschtes, äh, Bild da sein. Da reicht es auch, wenn nur die Charaktere zu sehen sind oder mal nur der Hintergrund oder wie auch immer. Das ist ja auch immer der Style. Also, je nach Stil des Zeichners oder der Zeichnerin. Und, ja, ich würde sagen, das war's auch schon. Ähm, ich freue mich auf den nächsten Band, der hoffentlich bald irgendwann kommt. Der hier ist ja jetzt erst erschienen. Ich würde sagen, das war's dann auch schon. Und, ja, bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna. Eure Anna Untertitelung des ZDF, 2020